iPadBlog.de – Beginn der entscheidenden Technologie Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer beim zweiten iPadBlog GetTogether. Mein Name ist Raphael Schmanski und – Mein Name ist Jens Schröder. Und wir haben heute wieder einiges Spezielles vorbereitet. Wir gehen in ein Spezialthema ein und steigen in den Bereich der Medizin ein. Für viele ist es sehr spezifisch, aber was wir heute vorhaben, ist, wir haben einen Entwickler eingeladen. Ja, wir haben zum einen den Herrn Dr. Hein Reuter, der mit seiner App rund um das Thema homeopathische Medizin neue Maßstäbe setzt. Der hat seinen Entwickler mitgebracht und wir werden heute einfach mal mit ihm klaudern, wie sind die Hürden der App-Entwicklung, was für Hürden haben sich ihm aufgetan und was für Schritte muss man tun, um am Ende zum Erfolg zu kommen. Und natürlich interessiert uns, wie er persönlich zu dem iPad gekommen ist, auch als Instrument später zu seiner Praxis. Und wie gerade Jens auch schon richtig sagte, welche Hürden hat man bei der App-Entwicklung, was muss man beachten, wie kommt man vielleicht zu seiner eigenen App, alles das und viel mehr in dieser Sendung. Also seid gespannt und wer nicht dabei sein kann, dann schaut euch das Video in frühere Länge an. Bis später. Ja, und da sind wir im Studio hier im voluminesen Schuhkarton der Denkform GmbH. Wir genießen es am 25.11.2010 und ich habe natürlich heute wieder Besucher mitgebracht, Besucher und alte gute Freunde. An meiner Seite ist natürlich hier Jens Schröder von der Denkform GmbH. Hi Jens. Hallo Raphael. Alles klar, bist du bereit? Wir sind da am Start und der Mann fährt für alle Sachen. Ja, das stimmt. Und natürlich auf der rechten Seite ist Herr Dr. Heim Reuter. Ihn werden wir heute als Hauptgast natürlich haben und euch in der ganzen Welt natürlich eine erste, ja gut erste kann man vielleicht nicht sagen, aber eine besondere App im Bereich Homöopathie vorstellen und wollen auch ein paar Hintergrundinformationen herausholen. Wie kam es dazu, a, dass er natürlich zum iPad gekommen ist, b, überhaupt eine eigene App zu entwickeln und natürlich c, last but not least, sie in seiner Praxis anzuwenden und wie nehmen das die Patienten auf. Alles das und viel mehr natürlich in der heutigen Episode. Für alle diejenigen, die heute hier bei uns im Studio sind, herzlich willkommen und natürlich alle an euren Monitoren oder mobilen Endgeräten im Vorfeld schon mal vielen Dank für den Download dieser Episode. Wir wollen natürlich dann damit auch das Jahr auch langsam auch beenden. Wir wollen auch, weil wir auch Weihnachten jetzt kurz davor haben, wollen wir auch natürlich reinlegen. Hast du schon alle Geschenke besorgt oder machst du es wieder 23.12? Ich schenke nichts, ich lasse mich nur geschenken. Oh, ja, tut das, ne? Ja, weil Weihnachten war früher anders. Der Weihnachtsmann ist, sieht man das mit anderen Augen. Der Weihnachtsmann, aber dieses Jahr für den Auftrag haben sie angenommen. Ja, weil die Order alle kommen, dann sieht man Weihnachten mit Gewischtgefühlen. Ohne Zweifel. Aber Weihnachten sollte man auch mit Geschenken tatsächlich verbringen. Ja, vor allem sollte man sich langsam beeilen, wenn man noch ein iPad unter den Tannenbaum legen möchte. Wir als Händler sehen das ja ein bisschen, wie die Lagerbestände immer knapper werden. Ist das wirklich so? Ja, doch. Also man kann reinschauen, bei einigen Händlern wird das immer ein bisschen enger und das ist ähnlich wie bei iPods auch. Pünktlich zu Weihnachten sind die Dinge ausverkauft und lieber jetzt zuschlagen, als am Ende mehr da stehen. Also denkform.net sollte die Website lauten auf jeden Fall. Unser Showsponsor bei ipadblog.de. Und woran merkt man eigentlich, dass es jetzt wirklich kälter geworden ist in diesen Tagen? Ich kann es euch sagen. Ich habe heute meine Mausefalle gesehen und dann gesehen, ein Pinguin war dazwischen gewesen. Auf jeden Fall kommen wir mal zu den seriösen Themen der heutigen Zeit. Wir als iPad-Blog-Nutzer, wir sind natürlich sehr entspannt und freuen uns natürlich, dass wir auch viele Möglichkeiten haben. Das iPad wird erst dann zu dem Gerät, wie wir es haben wollen, wenn wir die richtigen Apps davon haben sollten. Wenn wir uns das für den Berufszweig genauer anschauen, dann gibt es natürlich spezifische Apps davon. Aus dem Bereich Gesundheit und Fitness in der Kategorie, die wir im App Store natürlich haben, da haben wir natürlich viele interessante Apps. Lauf-Apps sind da ganz groß dabei. Apps, die uns zeigen, wo und was wichtig für die Gesundheit ist, aber auch medizinische Apps. Wenn ich aber jetzt einen Sprung zurückgehe, Lauf-Apps, läufst du persönlich oder bist du nicht der Sportler? Ich laufe, aber dann nicht mit dem iPad am Arm, das sieht ein bisschen blöd aus. Dann nehme ich mein iPhone, aber da gibt es genug Apps für. Stimmt. Was nützt du das zum Laufen für eine App? Ich bin mir noch nicht sicher, was ich jetzt langfristig nehmen werde. Ich habe Runmeter und Nike und schwankt noch ein bisschen. Runmeter hat eine wunderbare Facebook-Integration und da lasse ich mich dann immer ein bisschen pushen. Das macht Spaß. Das stimmt. Also ich benutze selber auch zum Beispiel die normale Nike-Applikation zum Laufen. Geht auf dem iPhone Touch oder natürlich auf dem iPhone ohne Probleme. Und was ich für mich noch entdeckt habe, ist Endomondo, weil man dort natürlich auch kostenfrei über GPS laufen kann. Das heißt, ich brauche den Sender und Empfänger nicht. Was eigentlich eine sehr interessante und gute Sache ist. Und ich bekomme nach dem Lauf getrackt auf einer Karte, wo ich lang gelaufen bin, welche Etappen, wie viele Kilometer und alles weiter, wie ich verbrannt habe. Alles das, was wir natürlich auch mit der Nike-App haben. Aber das ist der erste Schritt Richtung Gesundheit, oder? Gut, da machen alle das Gleiche, alle in einem anderen Gewand. Aber natürlich, klar. Was ich noch habe, ist Sleep Cycle. Sleep Cycle ist für mich eine App, die, kennen Sie die? Ja. Was macht die? Sleep Cycle misst die Umgebungsgeräusche und Bewegungen während des Schlafes. Wenn man die richtig positioniert, kann das System wahrnehmen, wann die aktiven und weniger aktiven Phasen sind, also REM-Phase, Rapid Eye Movement oder Tiefschlaf und kann dann den Wecker zu einer Zeit triggern, wo man nicht gerade im Tiefschlaf ist. Also wenn man kurz vor oder kurz nach dem Tiefschlaf dann geweckt wird, das ist die Intelligenz des Systems. Das Aufregende ist, das so zu positionieren, dass es jede Bewegung von mir wahrnimmt und dennoch nicht durch die Matratze abgeschirmt wird, damit kein Weckton durchkommt. Okay. Wenn man das Problem gelöst hat, ich glaube, es ist ausgezeichnet. Was ich aber bei der App Sleep Cycle nicht so ganz verstehe, ist, wenn ich die Alarmzeit eingebe, zum Beispiel möchte ich um 7 Uhr aufstehen. Manchmal weckt mich das Ding um 6.45 Uhr, manchmal um 7.15 Uhr. Warum macht diese App das? Oder was ist der Hintergrund von der ganzen Geschichte? Wenn ein Grad zwischen 6.50 Uhr und 7.50 Uhr die Tiefschlafphase ist, muss das an einem Punkt entscheiden, vorher oder nachher. Und das ist das Geheimnis, warum man dann eben auch vielleicht drei, vier Tage Probelauf machen muss, uns mit dem Gerät anzufreunden und zu schauen, auf welche Signale es reagiert. Okay. Also empfehlen Sie das für Sie? Das ist bewusst so geplant. Schwellerei oder tatsächlich ein guter Hintergrund? Ich nehme es eigentlich zum Sondieren von Schlafstörungen. Das ist jemand, der sagt, ich weiß nicht, ich denke, ich mache keine Ahnung zu, meine Frau sagt, du schläfst die ganze Nacht wie ein Bär. Das kann man hier mit objektivieren. Und dann auf Facebook oder für den noch posten. Und dann noch posten. Interessiert das die anderen Leute, wie ich geschlafen habe? Schwierig, ne? Ich glaube nicht. Ich komme bisher gut ohne Facebook aus. Noch geht das ohne. Also, eure Meinung natürlich ist das mit euch. Welche Gesundheit-Apps nutzt ihr persönlich? Welche Running-Apps nutzt ihr? Und last but not least, nutzt ihr auch Sleep Cycle? Und wie findet ihr das, wenn andere über die Schlafeigenschaften posten? Alles das könnt ihr gerne in der Kommentarfunktion der Video-Episode natürlich posten. Oder uns eine E-Mail an info at ipadblog.de senden. Aber unser heutiges Thema soll uns natürlich nicht ableiten davon. Denn wir möchten heute das erste Mal im Bereich Medizin sprechen. Wir hatten eigentlich auch noch geplant gehabt, durch die Krankenhäuser zu ziehen. Und dort die Leute und die Ärzte mal zu fragen, wie ist der Anwendungsbereich? Wie seht ihr das? Aber man muss sagen, die Jungs und die Damen sind nicht ausgelastet. Ohne Probleme ausgelastet. Das heißt, die haben viel zu tun, die haben Schichten. Die haben momentan nicht sehr viel Zeit dafür. Wobei wir uns sicher sind, dass das iPad früher oder später auch in die Krankenhäuser Einzug gewinnen wird. Aber auf jeden Fall hat eines der iPads aus unserem Kreis Einzug in eine Praxis gefunden. Herr Dr. Hein Reuter wird uns heute, also einer meiner Apps, heute vorstellen. Und deswegen will ich das Wort einfach mal unkommentiert weitergeben. Und die eine oder andere Frage werden wir uns dann auf dem Moderatoren-Team erlauben zwischendurch. Deswegen vielleicht erst mal an Sie. Anfangs, wie sind Sie an das iPad grundsätzlich herangekommen? Also ein Freund machte mich vor zwei Jahren aufmerksam auf das iPhone. Und sagte, da könnte man eine App dafür programmieren. Schau dir das doch mal an. Ich habe das iPhone gekauft, um eine App zu programmieren. Interessant. Ich habe gefragt, wer kann helfen, kann man das selber lernen, wie viel muss man Informatik studiert haben. Ich habe mit einem tollen Entwickler gesprochen. Der Hanno Welsch aus dem Saarland ist Entwickler der ersten Stunde. Und war mit Perf eine Welle. War interessiert an Homöopathie, war interessiert an Medizin, die für Sportler ist. Die eben auch nicht unter irgendwelchen Doping-Aspekten problematisch ist. Und das Spannende hier auch, er war nicht in der Homöopathie so weit drin, wie jemand, der das seit Jahren macht. Das heißt, diese typischen Fehler mit Maske, ich weiß, ich kann, ich bin, das ist doch alles klar. Die werden dir der Frage von einem gegenüber. Das verstehe ich nicht. Warum? Und dann haben wir komplett neu aufgesetzt, wie kann man das verstehen. Also, zu meiner Person. Ich habe vor über 25 Jahren Homöopathie angefangen, habe Kurse gehalten für Patienten, aber auch für andere Berufsgruppen, Apotheker, Studenten. Aber die Patienten oder auch die Kinder, die eigenen Kinder und die Kinder, die als Patienten kamen, das waren immer die wichtigsten Testpiloten, um zu prüfen, kommt das an, was ich erkläre. Und dann ist das verständlich. Also, die Sprache des Betroffenen zu wählen, die Sprache des Patienten zu wählen, ist für mich ein wunderschöner, selbstverständlicher Aspekt in der Homöopathie. Auch wenn es hier manche wunderschöne Formulierung gibt. Also, wir kamen auf die Idee, das, was auf dem PC schon lange üblich ist, Repertorisation mit homöopathischen Mitteln auf das iPad zu übertragen, weil es einen großen Datenspeicher hat, eine große Geschwindigkeit und auch der Bildschirm vom iPad ist dazu prädestiniert, Dinge im Vergleich, Dinge nebeneinander zu zeigen, die man für das iPhone genauso programmieren kann, aber das ist nicht die große Freude. Also, was ist das Ziel jetzt Ihrer App? Kann ich da Patientendaten aufnehmen, Rechnungen erstellen und gleichzeitig noch andere Dinge machen? Oder wofür ist der Hauptgrund und das Hauptziel von dieser App gekennzeichnet? Die iHome-App ist ganz gezielt dafür gedacht, dass ein Mensch, sei es jetzt Patient, sei es Trainer im Sport oder ein Arzt, für eine bestimmte Situation ein paar Nationalen wählt. Aber kein Praxisprogramm, keine Verwaltung von Patientendaten, sondern nur einzelne Sessions, einzelne Erkrankungen. Und eine Mutter wird ihre Kinder mal Vornamen einschreiben, ein Arzt wird eine Patientennummer, Nachnamen, Vornamen haben, ein anderer, der es für sich alleine verwendet als Sportler, der nimmt nur Schnupfen oder Husten und das Datum dazu, um sich zu erinnern, welche Session er hatte. Wer hat mehr Vorteile von der App? Der Arzt, der behandelt oder der Patient, der sich behandeln lässt? Oder vielleicht beide? Das Schöne ist, dass es einen Dialog ermöglicht. Beide begegnen sich auf derselben Ebene, einer versteht, was der andere versteht. Und dadurch, dass man schriftlich arbeitet, ist es ein effektiveres Arbeiten als das mündliche, aber setzt natürlich Disziplin voraus. Wie reagieren einige Patienten, die in ihre Praxis kommen und sie mit dem iPad herummachen? Haben die Angst davor? Finden die das trendy? Ist das modern? Trauen die mehr dadurch zu? Oder was kommen da für Antworten? Was der mit dem iPhone selbstverständlich umgeht, den Arzt, der in der App schreibt, hat natürlich einen Bonus. Ich habe viele Patienten, die selber Informatiker sind, die selber in PR-Firmen arbeiten und aktiv gute Kommunikation treiben, die bejahen das unbedingt. Aber wir sind uns einig, die Technik in der Praxis muss im Hintergrund laufen. Die muss selbstverständlich Arbeit abnehmen, damit das Gespräch möglich ist. Wenn man das Gespräch einsparen will und nur noch im Block miteinander verkehrt, das ist keine Therapie. Wir unterscheiden also zwischen der Situation, haben App für Privatanwender, die das zu Hause für sich, für ihre Familie machen. Oder aber in der Praxis, wo wir natürlich Riesenprogramme haben für mehrere tausend Euro, mit Datenbanken, mit über 1500 Mitteln drin. Das würde man sich nicht auf dem iPad heute vorstellen. Aber Hausbesuch oder wenn ich im Urlaub unterwegs bin, wenn ich eine Sportbetreuung mache und habe eine Veranstaltung mit 300 Sportlern irgendwo in einem Campinglager zu begleiten, dann ist das genau mein Tool. Ich habe eine Vorauswahl mit 60 oder 120 Medikamenten und sage, was ich hier mache, muss genau damit funktionieren. Und was nicht geht, dann muss ich den Transport in eine Praxis oder in eine Klinik in Kraft nehmen. Wir wollen mehr von dieser App sehen. Bitte steigen wir ein, zeigen Sie uns einen Benutzer Case. Also, wir haben zum Beispiel ein Kind, das kann nicht schlafen, das liegt im Bett und schreit. Und die Mama sagt, wenn ich nicht ein Lämpchen anmache, kann das die ganze Nacht erlauben geben. Würde das in homöopathischer Sprache heißen Angst, schlimmer im Dunkeln oder statt schlimmer haben wir jetzt Kürzel eingegeben wie AGG oder Aggregation auf Englisch. Dies kann ich hier in einer Datenbank suchen, die durch 60 verschiedene Arzneien geht. Medic ist die dritte Version mit 60 verschiedenen Medikamenten, die wir jetzt fertiggestellt haben. Hier kommen nicht mehr 60, sondern drei Arzneimittel in Frage. Wenn ich also unten auf die Leiste tippe, habe ich drei Mittel. Da wäre Carbo Vegetables, Pulsatilla oder Stramonium zur Auswahl. Hier würde man nicht lange rechnen und weiter nachschlagen, sondern man liest den Text. Und liest, das eine gibt Weih, weint leicht, ist furchtsam, unentschlossen, will sowieso nicht allein sein, schon am Abend hat Angst vor Geistern und, und, und. Das ist was ganz anderes als jemand, der plötzlich einen Gedächtnisverlust hat. Es gibt auch Erwachsenen, die solche Probleme haben, Erwachsenen, die wir in der Psychiatrie sehen, die wir in der geschlossenen Anstalt sehen und oft ein Verhalten zeigen, wie Kinder, auch für diese kann man eine Arznei wählen. Man würde dann zum Beispiel sich für Pulsatilla entscheiden, als neu für ein Kind und bekommt dann mit dem Pfeil nach rechts die Arznei angeboten und mit dem weiteren Pfeil nach rechts wird jetzt ein Rezept generiert. Das heißt, mit dem Rezept habe ich nicht nur den Namen des Medikaments, sondern auch die Potenz und eine Anweisung, wie das eingenommen wird. Das heißt, der Apotheker kann dies sehen, der kann das lesen, kann mitlesen und dann marschieren, um die Arznei zu besorgen. Aber dasselbe kann man natürlich auch als E-Mail weiterschicken und von zu Hause aus schon in der Apotheke Bescheid geben. Ich komme in der Stunde das abholen, wenn es Probleme gibt. Ruft mich an. Auch hier straightforward programmieren. Das heißt, ich brauche eine Datenbank, in der die Medikamente drinstehen. Ich habe jetzt hier eine Region angezeigt bekommen, die Psyche heißt, weil es um ein psychisches Symptom geht. Aber es gibt sehr viel mehr. Es gibt Symptome, die zu tun haben mit bestimmten Ereignissen. Das heißt, Beschwerden, die immer auftreten nach Vetternahrung, nach einem Aufenthalt in einem warmen Zimmer, wenn die Nase dicht wird. Viele Menschen, die jetzt klagen über Atmungsprobleme, schimpfen auf das kalte Wetter, aber draußen ist es doch wieder besser. Also ich muss unterscheiden. Ist es die Kälte? Ist es die Wärme? Ist es drinnen? Ist es draußen? Diese Besonderheiten sind in der Homöopathie wertvoll. Für einen klingesteckenden Arzt vollkommen egal. Der sagt, was ist das für ein Bakterium? Was nehme ich für ein Antibiotikum? Weg, nächster Patient bitte. Wenn wir uns Mühe geben und hineingehen in die Details, die eine Arznei an Besonderheiten zeigt, das heißt, eine homöopathische Arzneimittelprüfung widerspiegelt. Ich gebe einem Gesunden irgendetwas so lange, bis er davon krank wird. Und das schreibe ich mit. Und wir geben das nicht den Patienten, wir geben das den Gesunden, den gesunden Medizinstudenten, den gesunden Kollegen. Das heißt, eine Homöopathie ist es wirklich, am eigenen Leib zu prüfen, zu leiden, bevor ein Patient kommt und sagt, ich habe Kopfschmerzen, die können Sie sich im Leben nicht vorstellen. Ich glaube doch. Also wir haben es zu tun mit einer Datenbank, die ähnlich ist wie Klicktail. Es gibt Telefonsuche, wo ich im deutschen Telefonbuch bei den gelben Seiten schaue und habe einen Namen und finde dazu eine Nummer. Bei Klicktail kann ich Inverse suchen, das heißt, ich habe eine Nummer und bekomme dazu einen Namen. Und genau so arbeiten wir mit den Daten vorwärts und rückwärts. Das, was der Patient uns schildert, suchen wir in dieser homöopathischen Datenbank. Umgekehrt, das, was ein Prüfling in einer homöopathischen Arzneimittelprüfung abbildet, das wird hineingeschrieben. Wir nutzen dieses System als Eingabemedium. Ich bin im Moment in einer neu gegründeten homöopathischen Wissenschaftsgesellschaft im Vorstand. Wir arbeiten an einer großen Online-Datenbank, die zunächst deutschlandweit, sprich in deutscher Sprache operiert. Und alle Daten einlässt, die wir zur Homöopathie haben. Alle, die nicht unter Copyright stehen. Also alles von heute minus 70 Jahren. Ein Bibliothekar, den ich gefragt habe, wie weit seid ihr mit dem Einscannen? Naja, bis 1920 haben wir alles. Bis 1950 fehlen noch ein paar Bände. Sag ich, was heißt alles? Wir lesen ein, alle Zeitschriften, alle Bücher, so wie sie kommen, mit einem Scanner, haben natürlich in der Zentralbibliothek ein anderes Programm zur Verfügung. Das liest Sütterlin. Liest feine, uralte Schrift mit einer Fehlerquote von 1 oder 0,5%. Dieser gewonnene SG-Text wird jetzt über die PDF-Datei gelegt. Ich habe als Bild eine PDF und oben drüber einen durchsichtigen SG-Text, den ich abgreifend kopieren kann. Und den machen wir Volltextrecherche. Das schreit nach iPad und ist eine wissenschaftliche Anwendung. Das ist nicht nur ein Gimmick für Patienten oder unterwegs mal schnell zwischen 50 Mitteln schauen. Es geht um 800 Mittel, es geht um 350 Veröffentlichungen deutscher Sprache. Und die Inderamerikaner, Kanadier haben große Datenbanken in Englisch gleichzeitig. Da wollen wir eine Schnittstelle für das iPad natürlich haben. Aber, wir sind uns einig, die erste Basis ist eine Akzeptanz auf Seiten des Patienten. Das heißt, es muss praktisch sein, man muss es verstehen können ohne langen Anlauf. Und wir haben vier Versionen. Das heißt, es gibt Basic mit zehn Arzneimitteln. Dann leuchten ja unten zehn Arzneimittel auf und ich mache mich auch nicht verrückt und finde ein Mittel, was ich gar nicht in meiner Apotheke habe. Ist auch gescheit. Der nächste Schritt, ein erfahrener Patient nimmt ja weiter die Version mit 30 Arzneimitteln. Ich habe jetzt einen ganz anderen Pool, aus dem ich Arzneien auswählen kann. Sollte allerdings auch eine andere Kompetenz haben. Dann kann es sein, dass ich eine Frage dazu habe. Und dann gehe ich ins Dictionary. Im Dictionary haben wir englisch-deutsche Begriffe, die zum Teil medizinisch spezifisch sind, zum Teil aus alten Texten, die man nicht automatisch im Wörterbuch nachschlagen kann. Es sind jetzt ungefähr 1200 verschiedene Begriffe drin, die ich durch langjährige Übersetzertätigkeit gesammelt habe. Ein Patient möchte aber vielleicht auch wissen, was ist ein Allgemeinsymptom. Und geht dann hinein in eine Datenbank und bekommt Informationen, die in einem homöopathischen Basiswerk stehen. Grundsätzlich ist es möglich, sich in die Homöopathie einzuarbeiten, aber nicht wie in einem Schulbuch oder Lehrbuch, wo man von Seite 1 bis Seite 30 durchblättert, sondern wie in einem Lexikon, wo man sich von einem Begriff zum anderen durch Hyperlinks weiterhangelt. Das ist für meine Begriffe State-of-the-Art von Informationstransfer. Wie viele Versionen gibt es insgesamt von Ihrer? Vier Versionen sind geplant. Drei davon existieren bereits. Wir sind jetzt seit zwei Monaten auf dem Markt mit der deutschen Version. Wir haben ca. 200 Apps verkauft. Das heißt, jeder, der eine App kauft, sind fast zu 100% Personen, die eine halbe Stunde oder eine Stunde später die nächsten Module brauchen, weil sie sagen, okay, ich komme damit klar, aber ich brauche mehr Arzneimittel. Das ist das, was sich bewährt hat, dass wir mit einem schlichten System anfangen. Jetzt über Weihnachten ist geplant, 14 Tage kostenlos die Basic-Version. Ich war ein wenig mürrisch, als der Herr Welch mit der Idee kam, wir machen alle Features in die Basic-Version, schalten alle frei, damit man von Anfang an Volltext-Recherche nutzen kann und auch schauen kann, was ist in der Datenbank drin. Natürlich hat man dann Hunger nach mehr. Die Dock-Version mit über 120 Arzneimittel wird einen Menschen in die Lage versetzen, wirklich auch schwierigere und komplexe Situationen zumindest homöopathisch sauber aufzunehmen, um dann zu entscheiden, kann ich das in dieser Umgebung oder brauchen wir eine Krankenhauseinweisung, muss das ein Facharzt sehen. Also an dem Punkt braucht man allerdings eine komplette Ausbildung, weil es nicht reicht, wenn ein Patient zwei, drei Daten eingibt. Man muss weiter ins Detail gehen. Und wir können zum Beispiel bei einem Krankheitsbild dann beschreiben, was ist passiert. Es hat ein Mensch Schwindel. Woher kommt der Schwindel? Also ich tippe jetzt mal auf Schwindel und er sagt, naja, also ich weiß nicht genau, aber es könnte zusammenhängen mit drei oder vier Glas Bier an dem einen Abend. Ich weiß nicht, also davor hatte ich keinen Schwindel. Ja, wann wird das denn schlimmer? Ich brauche mich nur zu bewegen und das wird ganz schlimm. Sie können sich das nicht vorstellen. Wann wird das besser? Besser? Gar nicht. Da muss ich warten. Also wenn ich Glück habe, noch einen Halbtag. Hier gibt es noch irgendwas. Ja, ich zitter dann immer so. Also man versucht, die Details aufzunehmen und jetzt nicht nur zu schreiben, ja okay, da hat jemand zu viel getrunken. Wenn ich mich jetzt mit 30 Arzneimitteln hier dran mache, kommen als Antwort zwei mögliche Medikamente. Das eine ist Arsenicum album, das andere Nuxomica. Spannend. Ein wunderschöner Einstieg in Homöopathie, wenn man von nichts eine Ahnung hat, an nichts glaubt oder glauben will und sagt, ich hätte jetzt mal vier Glas Bier getrunken und hätte Kopfschmerzen. Was würde mir helfen? Nuxomica hilft recht zuverlässig. Nuxomica C6 für kleine Bier, C30, wenn das Bier ein wenig größer war. Aber es gibt auch Leute, die mögen kein Bier. Zustimmung bei den Zuschauern. Jawohl. Die trinken lieber bierfreien Alkohol, also Wein. Bei Wein ist spannend. Hilft das Nuxomica manchmal und manchmal gar nicht. Und dann brauchen wir aber Medikamente wie Arsenicum album. Arsenicum album, das hat man früher der Schwiegermutter gegeben. Sie starb ganz langsam mit wunderschönen platten Haaren. Keiner kann drauf, wer das war. Aber die Gemütsverfassung nach einem Weingenuss ist eine andere als nach Bier. Das muss man einfach sehen. Es sind fröhliche, weinsählige Leute. Beim Bier wird mehr gestritten, wird mehr gekämpft. Ich weiß nicht, ob Sie die Berserker kennen. Berserker waren ein Germanenstamm, die bekannt waren für eine große Wut und gleichzeitig, dass sie schmerzfrei waren. Kaum verletzbar schien. Die hatten in ihr Bier Bilsenkraut reingemischt. Hyoscyamus. Hyoscyamus ist ein Verwandter mit der Belladonna, der Tollkirsche, macht große, weite Augen, einen roten Kopf und das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Wenn diese Menschen laufen, das Gefühl haben, unbesiegbar zu sein und schlagen, ohne selber Schmerzen zu haben, das sind Berserker, vor denen läuft man einfach so schnell man kann weg und wird sich nicht mit denen anlegen. Wenn ich jemanden in einem Rausch- oder Wutzustand habe, der dadurch auffällt, dass er gleichzeitig kaum Schmerzen hat, blutet, sich verletzt und das nicht wahrnimmt, der bekommt dann ein Hyoscyamus. Also wunderschön, wie in der Homöopathie nicht nur ein Alkoholblutspiegel zu einer bestimmten Diagnose führt, sondern das Wesen eines Menschen. Der eine schläft ein, petzt ein Glas zu viel, der andere direkt ist richtig auf. Hier ist klar, wenn ich mit 1800 Arzneimitteln anfange zu wählen, dann kommen 50, 60, 70 Denkbare heraus. Das macht keinen Sinn. In einer Praxis ist es üblich, dass ein erfahrener Arzt mit einem Pool von Daten, einem Pool von infragekonten Diagnosen arbeitet, wenn ein Mensch hineinkommt und humpelt, hineinkommt und Kopfschmerzen hat. Der arbeitet nicht mit 1800 denkbaren Erkrankungen, sondern mit 12 oder 20 oder 8. Das nennen wir Szenario. Das heißt, in der fortgeschrittenen Version haben wir ein Szenario Sportunfälle, ein Szenario Narkose-Zwischenfälle. Da wird von vornherein ausgeklammert, eine Arznei, die gut gegen Husten oder Schnupfen oder Haarausfall ist. Und man kümmert sich nur noch um die relevanten Themen. Damit ist es möglich, auch bei schwerwiegenden Erkrankungen sauber wissenschaftlich zu arbeiten und nicht nur mit einem kleinen Datentool Versuche zu machen. Steht in der App auch drin, was man erreichen kann, mit welchen Medikamenten? Ich denke da zum Beispiel, ob man auch so eine App benutzen kann, um sie zu missbrauchen, um Medikamente zu missbrauchen. Ich denke da auch an süchtige Leute oder irgendwas mehr. Also, wir haben eine ausführliche Einführung als PDF, die man in Ruhe durchlesen sollte, um einfach auch verantwortlich damit umzugehen. Ich sage ganz klar, wer mit den 10 Basismitteln und in der C6 arbeitet, kann eigentlich nicht viel verkehrt machen. Im übelsten Fall nimmt er ein Mittel lange, was verkehrt ist und kriegt davon Übelkeit oder Kopfschmerz, hört wieder auf und das Thema ist erledigt. Wenn er dasselbe macht mit Hyoscyamus, C30, 7 Tage genommen und hat Wutattacken, da ist schon die Familie in Gefahr und da steht irgendwann die Polizei in der Tür. Aber das müsste man wirklich mutwillig machen. Ich halte das nicht für eine Gefahr, die mit der App verbunden ist, sondern wenn es frei verkäufliche Arzneimittel sind, kann jeder Beliebige sich das kaufen und einnehmen, was er möchte. Gut, das hört sich ganz gut an. Noch ein paar Fragen von deiner Seite. Ja, für mich ist dann auch recht spannend, App-Programmierung einerseits. Sie haben viel erzählt, wie das grundsätzlich funktioniert, was alles drin steckt. Aber mich interessiert der Weg, wie kommt es denn von der Idee zur App bis zum fertigen Download überhaupt im iTunes Store? Was gibt es da für Hürden? Also wo sind die Schwierigkeiten aufgetreten? Also wir haben eine Vorlaufzeit ungefähr acht Monate gebraucht. Weihnachten 2009 war die Idee geboren, zwischen den Jahren fingen wir an und jetzt sind wir seit zwei Monaten auf dem Markt. Aber da gab es noch kein iPad. Damals haben wir für ein iPhone programmiert und in dem Moment, wo das iPad kam, sind wir gleich zweispurig weitergefahren. Dann gibt es ein Genehmigungsverfahren von Apple, was ungefähr drei Wochen dauert und man die komplette App hinschickt und die dann geprüft wird auf Sinnträchtigkeit, auf Stabilität und dann darf man diese ins Netz stellen. Auch die Preispolitik, was, wie viel kostet, in welchem Land, wie viel kostet, ob es In-App-Purchase gibt oder Zusatzmodule, muss klar formuliert werden und darf nicht irgendwie mit vielleicht angeboten werden. Also Apple hat relativ klare Strukturen, die man einhalten muss. Dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben getrennt die App von den Daten. Das heißt, wenn ich ein Update der App vornehme, was eben drei Wochen Vorlauf bei Apple kostet, dann kommt in dem Programm des Apple-Stores das Angebot, es gibt ein Update zu ihrer Software und ich lade das aktiv. Etwas vollkommen anderes ist, wenn wir Daten aktualisieren. Die Daten gebe ich als UTF-8 kodiert an den Entwickler, der sie in der SQL-Datenbank schiebt und in dem Moment, wo die upgedatet werden, bekommt der User, der das Programm benutzt, ein Angebot. Es gibt neue Datenbanken, wollen Sie die jetzt lagen? Beim Öffnen der App. Beim Öffnen der App. Und die sind instant drin, also auch große Datenbanken mit, ich habe 3500 Datensätze drin, sind also sofort zur Verfügung und brauchen keine lange Zeit. Ich fasse die Daten an mit FileMaker, habe die originalen Datenbanken alle in FileMaker Pro Advanced zur Benutzung, exportiere sie und bearbeite sie dann eben mit einem großen Datenbanken-Tool, um sicherzustellen, dass keine verkehrten Steuersreiche drin sind. Aber wir verabreden ein Exportformat und dann bleiben die Daten auf SQL liegen und stehen blitzschnell zur Verfügung. Das hört sich gut an. Wie viel MB hat die diese App? Dreieinhalb. Dreieinhalb? Mit so einer Datenbank. Aber sie wächst noch, die Datenbank. Das ist richtig. Jawohl. Das hat jetzt ungefähr die Hälfte der Daten in deutscher Sprache drin. Dasselbe nochmal wird es in Englisch geben. Die Daten liegen schon vor, aber die Oberfläche ist erst im Januar fertig. Und dann wird es nochmal dieselbe Datenmenge geben für die Profilösung. Gut. Okay. Dann für abschließende Worte noch. Wo sehen Sie sich mit der App in fünf Jahren? Also wir sind jetzt schon die stärkste App für den Bereich iPad. Bei iPhone gibt es viel, viel Konkurrenz, aber von der Datenbank her gibt es überhaupt keine Vergleichbarkeit. Wir wollen ab Januar auf dem weltweiten Markt und wollen in Englisch die stärkste App weltweit sein. Wie unterscheidet sich die iPhone-App gegenüber der iPad-App? Nur von der Auflösung? Die Datenbank ist die gleiche. Die Auflösung ermöglicht hier, dass wir mehr nebeneinander darstellen können, was ansonsten durch Wischbewegungen nacheinander dargestellt würde. Das ist eigentlich nur ein Komfort. Inhalt ist absolut identisch. Dann abschließend nochmal. Was sind die Preise der einzelnen App-Modelle und welche würden Sie vielleicht als Startup empfehlen? Also wir haben einen Einstandspreis von unter zwei Euro. Wie gesagt, jetzt im Weihnachten wird es eine Weile kostenlos angeboten. Und dann werden wir die Basic-App kostenlos und als Zusatz-Apps jeweils um vier Euro jeweils steigern. Wir werden bei acht Euro sein für die PAD, bei zwölf Euro für die nächste, für die Magic-App. Wir wissen noch nicht genau, wo die Doc-App landen wird, weil es sehr, sehr viele Daten sein werden. Da steht noch ein Preis fest. Gut, Sie sagten zweihundertmal, dass Sie bisher gedownloadet wurden. Wann erreichen Sie die Tausender-Grenze? Nächstes Jahr im Sommer oder schon im Frühjahr? Ich hoffe, dass wir da im ersten Quartal schon nächstes Jahr werden. In dem Moment, wo wir im englischen Markt sind, wird das eine neue Entwicklung geben. Gut, dann wünschen wir Ihnen erst einmal viel Erfolg im Download. Danke, dass Sie heute zu Gast bei uns im Denkform GmbH voluminösen Schuhkartonstudio gewesen sind und uns diese App für uns hier im Publikum und natürlich für alle Ärzte und Mediziner da draußen im World Wide Web vorgestellt haben. Als Belohnung und als Dankeschön nochmal möchten wir Ihnen auch nochmal, das brauche ich mal groß, möchte ich Ihnen nochmal auch vom IDG-Verlag eine digitale Mac-Welt im Wert von knapp 50 Euro nochmal überreichen. Da werden wir am Ende der Sendung nochmal die Daten austauschen als Dankeschön. Dann können Sie die Mac-Welt immer entspannt lesen, ein ganzes Jahr lang kostenfrei in digitaler Form und brauchen kein Papier zu verbrauchen. Gerne geschehen und wir haben natürlich noch weitere Sachen, die wir hier heute noch vergeben möchten in der heutigen Sendung und das Besondere daran ist halt, dass wir im Vorfeld schon mal geschaut haben, wer kommt heute ins Publikum rein und wir vergeben einfach mal heute an den einen oder anderen, der noch kein iPad hat, einfach mal die iPad-Welt. Die besten iPad-Tipps, geheime Funktionen, nützliche Befehle, geniale Zusatz-Apps, alles das für den Anfänger, der mal reinschauen soll. Ich reiche einmal diese Präsent vom IDG-Verlag einfach mal hier in die Reihe, einmal auch für Sie. So, bitte schön. Und nochmal für Sie in den Form, denn die braucht auch den besten hier von nebenbei halt. Einer von vorne ist natürlich ausgegangen, aber auch hier als Entwickler nochmal Gratulation. IDG-Verlag überreicht auch einmal die Mac-Welt in digitaler Form für ein ganzes Jahr, kostenfrei und damit viel Spaß. In der Hinsicht, ich hoffe, alle sind glücklich hier noch einmal. Einen großen Applaus nochmal an unseren Herrn Holmer. Und wenn ihr noch Vorschläge haben solltet für den iPad-Blog Get-Together, sei es Location oder sei es weitere Themen, wir haben natürlich unzählige Ideen, aber wir wollen euch natürlich in unserer Community interaktiv werden lassen, dann schreibt uns info at ipadblog.de oder nutzt die Kommentarfunktion unten bei diesem Post. Wir haben natürlich auch einen Social-Media-Kanal, genau, es sind sogar zwei, einmal auf Twitter, ebenfalls mit iPad-Blog und natürlich in der Facebook-Gruppe. Und für alle, die ein bisschen businessorientierter sind, die laden wir natürlich auch in die Xing-Gruppe ein, iPad-Blog-Fachforum, da ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen Platz für Quantität. Das heißt, ihr als Entwickler, ihr als Personalberater, ihr als jemand, der mit dem iPad auch business-technisch zu tun hat, ihr seid da auf jeden Fall richtig aufgehoben und könnt euch da bewerben. Ich werde einfach mal ein Auge zudrücken und in den nächsten 24 Stunden bewerben einfach mal so durchjagen, aber danach schaue ich ganz genau rein, also macht nichts Falsches. Ja, ansonsten bedanke ich mich nochmal an den Showsponsor Denkform GmbH. Nicht vergessen, Weihnachten steht vor der Tür, mehr muss ich nicht an dieser Stelle sagen. Denkform.net ist diese Webseite. Haben Sie auch eine Webseite, wo wir uns weitere Informationen, die heute diese Sendung so toll fanden, nochmal rausschauen könnten? www.heinreuther.de 2. Max-Hofetsch Und das sind auch Links zu anderen Details. Ja, das auf jeden Fall auch in den Shownotes. Außerdem die Praxis Fahrummann in Düsseldorf, praxisfahrummann.de ist ebenfalls mit dabei gewesen. Ja, und alle diejenigen, die heute nicht dabei sein konnten, schade, aber es wird nächstes Jahr wieder eine Möglichkeit geben. Also seid dabei, wenn es heißt, ipadblog.de präsentiert von Denkform. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ich entlasse euch jetzt eine wunderschöne verweinertliche Zeit. Danke auch an das Publikum, bis zum nächsten Mal. Raphael Schimalski Und Jens Schröder von der Denkform. Bis dann, tschüss. Ciao. Tja, warten wir mal. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich war das erste Mal hier, war eingeladen worden, weil ich mich für dieses Homöopathie-Jab interessiere und es wurde sehr schön dargestellt. Und es war also so, dass man eben auch als Nicht-Mediziner einen sehr tollen Reihen hat und es total sehr lebendig rübergebracht hat. War gut. Würden Sie es empfehlen und wiederkommen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer gut, auch mal über den Tellerrand zu schauen und das ist hier sehr schön möglich in einer sehr lokalen und angenehmen Atmosphäre. Und hier hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Gerne. Herr Doktor. Das erste Mal als Gastsprecher beim iPad-Blog. Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt. Hat es Ihnen gefallen? Ja, es war schön. Tolle Atmosphäre. Es prickelt richtig. Es ist Aufbruchstimmung. Glauben Sie, dass Sie mit Ihrem Thema und Ihrer Message überbringen konnten? Also ich bin die Sachen losgeworden, die mir auf der Seele gelegen haben. Und die Fragen waren natürlich auch schon Herausforderungen, auf den Punkt zu kommen. Empfehlen Sie den iPad-Blog Get Together Stammtisch noch weiter? Ja, unbedingt. Also, was wollen wir mehr sagen? Vielen Dank. Gerne.